Die USA hat massive wirtschaftliche Probleme und genau das scheint dem Markt aktuell bewusst zu werden. Dabei sprechen wir vor allem über die Regierung, die allerdings infolgedessen einen möglichen sehr negativen Impact auf die gesamte Weltwirtschaft haben könnte. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit vielen aktuellen Themen. So wurde alleine gestern die US-amerikanische Verschuldung um mehr als 275 Milliarden US-Dollar nach oben getrieben, an einem einzigen Tag. Freunde, das ist wirklich heftig und historisch und genau mit dieser Thematik beschäftigen wir uns unter anderem im heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute habe ich wirklich ein extrem interessantes Thema mitgebracht, was auf der einen Seite interessant ist, auf der anderen Seite allerdings muss man ganz ehrlich sagen besorgniserregend. Daher reden wir jetzt nicht länger um den heißen Brei, sondern schauen ganz kurz auf die Kurse, sehen allerdings hier, dass es momentan keine wirklichen eindeutigen Bewegungen gibt. Der Hebel, also das offene Interesse wird so langsam wieder aufgebaut, aber der Markt beruhigt sich nach der massiven Volatilität vor einigen Tagen. Was wir ebenfalls vor einigen Tagen oder um genau zu sein am vergangenen Wochenende gesehen haben, ist ja, dass das US-Shutdown bzw. der Regierungs-Shutdown, also das Einstampfen der Regierung für einen gewissen Zeitraum verhindert wurde. Hierbei geht es ganz einfach darum, dass einmal im Jahr in den USA quasi das Haushaltsbudget der Regierung überarbeitet wird bzw. werden hier halt verschiedene Prioritäten gesetzt, wie man das Geld wo einsetzt. Dabei müssen sich zum aktuellen Zeitpunkt die Republikaner und die Demokraten irgendwie einig werden, denn sie sind beide relativ stark im Amt vertreten. Es gab dann am Wochenende kurzfristig tatsächlich noch eine Einigung, ich hatte darüber berichtet und roll das jetzt nicht noch einmal wieder auf. Allerdings ist das quasi die Einleitung für die aktuelle Thematik, mit der ich euch dann wiederum in das nächste Thema einleite, was eben aktuell die hohe Relevanz und Präsenz haben sollte. Doch wir fangen erstmal ganz weit vorne an. So sehen wir, dass der Kompromiss am Wochenende zwischen den Republikanern und den Demokraten wohl doch nicht so ein, ja, einvernehmlicher Kompromiss war, wie man mehr oder weniger zuvor gedacht hatte. Man sah nämlich jetzt, dass Kevin McCarthy, der Sprecher des Repräsentantenhauses, von seiner eigenen Partei von jetzt auf gleich mehr oder weniger entlassen bzw. des Amtes enthoben wurden. Dabei verlor er jetzt den Posten, weil er eben am vergangenen Wochenende einen Kompromiss mit den Demokraten finden wollte. Eine große Thematik, was ja immer wieder zu Spannungen in der US-Regierung führt, sind vor allem die Hilfen für die Ukraine. Moralisch möchte ich dazu jetzt nichts sagen, allerdings ist das eben immer wieder eine große Thematik, denn die USA hat eben schon mit vielen Milliarden US-Solern die Ukraine unterstützt und vielen Politikern sowie natürlich auch vielen Privatpersonen passt das überhaupt nicht in den Kram. Unter anderem aufgrund dieser Kompromissfindung hat Patrick McHenry, also nicht McCarthy, sondern jemand anderes, jetzt erstmal die Stellung übernommen, nachdem McCarthy sein Amt hier verloren hat. In der Abstimmung, die eben darüber diskutiert hat, ob er sein Amt behalten soll oder nicht, sahen wir eine Gegenüberstellung von 216 zu 210 Stimmen. 216 Stimmen, also sechs Stimmen mehr, haben hier dafür gestimmt, dass er eben das Amt niederlegen muss. Durch diese extrem schnelle Entscheidung, die es übrigens so in der Vergangenheit noch nie gegeben hat, sehen wir allerdings auch, dass es aktuell eben noch keinen Nachfolger gibt. So wie ich das jetzt rausgehört habe, wird Patrick McHenry vorerst das Amt mehr oder weniger übernehmen oder vertreten. Möglicherweise, so heißt es zumindest in den verschiedenen US-amerikanischen Medien, werden wir am 11. Oktober hier weitere Entwicklungen sehen, also möglicherweise die neue Aufstellung bzw. hier dann neue Wahlen, wer das Amt in Zukunft antreten soll. Auf jeden Fall ist man sich einig, derjenige, der das Amt vorhergetragen hat, ist dafür wohl nicht geeignet. Hierbei ist vor allem interessant, dass der Republikaner eben von seiner eigenen Partei aus dem Amt enthoben wurde. Also hierbei gab es eben die Mehrzahl der Republikaner, die eben nicht der Meinung waren wie die Minderheit. Hierbei sehen wir allerdings auch mit 216 zu 210 Stimmen, dass es relativ ausgeglichen ist. Es gibt in den USA recht oft und viele Streitigkeiten, nicht nur zwischen den Republikanern und den Demokraten, sondern eben auch untereinander bei den Republikanern selber. Genau diese Spaltung hat bereits in der Vergangenheit immer wieder zu Problematiken geführt, denn diese Uneinigkeit sorgt am Ende des Tages natürlich auch dafür, dass es eben länger dauert, hier Entscheidungen zu treffen. Und offensichtlich ist man selbst mit diesen Entscheidungen, die jetzt am Wochenende getroffen sind, nicht wirklich zufrieden. Zumindest nicht mit den Einwänden von unter anderem McCarthy. Diese sagt übrigens heute, ich bereue nicht, dass ich verhandelt habe. Ich bereue nicht, dass ich mich bemüht habe, Koalitionen aufzubauen und Lösungen zu finden. An dieser Stelle, wie gesagt, politisch möchte ich mich da nicht zu einmischen. Wir sehen allerdings, und das ist auch der Grund, warum ich das anspreche, dass es eben erhebliche Turbulenzen und Probleme innerhalb der US-amerikanischen politischen Schiene selber gibt. So betonte beispielsweise Moody's Investor, einer der größten Ratingagenturen, die wir überhaupt haben, bereits schon Ende des vergangenen Septembers, dass es in den USA bzw. in der Regierungsebene erhebliche Probleme gibt, die dann auch Auswirkungen auf das Vertrauen in die USA haben könnte und es hierbei eben zu einer Schwächung kommen könnte. Die Moody's Ratingagentur ist zum aktuellen Zeitpunkt die einzige und letzte große Ratingagentur, die der USA noch ein Top-Rating gibt. Doch wie bereits gesagt, Ende September kritisierten sie bereits schon die Probleme innerhalb der politischen Schiene in den USA. Jetzt sehen wir, dass diese Probleme noch größer werden, was am Ende des Tages dazu beitragen könnte, dass die USA möglicherweise das Top-Rating der Moody's Ratingagentur verlieren könnte. Auch eine der größten US-amerikanischen Großbanken, Goldman Sachs, betonte erst vorhin in einer Analyse gerichtet an die Kunden, dass die aktuellen Probleme und vor allem das Absetzen des Amtes innerhalb der USA möglicherweise dazu führen könnte, dass sie eben das Top-Rating verlieren könnten. Ebenfalls sagten sie auch, dass vor allem der Nachfolger, also der nächste Sprecher des Repräsentantenhauses wahrscheinlich einem noch größeren Druck ausgesetzt ist als der vorherige, der jetzt aus dem Amt gekickt wurde. Dabei darf man auch nicht vergessen, dass dieser Regierungsstillstand zwar verhindert wurde, allerdings eben nur kurzfristig für rund 45 Tage. Bis zum 17. November müssen sich die Parteien geeinigt haben, wie sie in Zukunft weiter mit dem Haushalt bzw. dem Kapital umgehen, denn dann läuft eben dieser vorzeitig verschobene Stillstand ab und es müssen eben klare Pläne dastehen. Aktuelle Bewegungen deuten darauf hin, dass sie hier vielleicht nicht ganz so einfach zu einer Lösung finden werden. Natürlich geht es am Ende des Tages um Haushaltsfinanzierungsmittel bzw. um Geld. Dabei muss man sagen, genau diese Politik, also die Schuldenpolitik, funktioniert in den USA so gar nicht. Und an dieser Stelle kommen wir auf den meiner Meinung nach wichtigsten Teil des heutigen Videos, und zwar auf diese Grafik zu sprechen. Hierbei handelt es sich um die US-Staatsverschuldung und ich habe bereits vorhin einen Twitter-Post dazu gemacht. Ich habe es tatsächlich schon einige Stunden vorher gesehen, doch ich konnte es gar nicht wirklich glauben. Doch es ist tatsächlich so, dass die US-Staatsverschuldung innerhalb von einem Tag um knapp 275 Milliarden US-Dollar nach oben gestiegen ist. Das ist deutlich mehr als die Hälfte der Marktkapitalisierung von Bitcoin. Also die USA hat quasi von heute auf morgen einen Wert von 10 Millionen Bitcoin geschaffen. Und da soll mir nochmal einer sagen, dass Bitcoin überbewertet ist. Das ist wirklich heftig und natürlich auch historisch beispiellos, wie man anhand dieser Grafik sehen kann. Es gab zwar ein, zwei Mal solche Events, wo eben die Staatsverschuldung stark nach oben geschossen ist, auch von heute auf morgen. Aber so krass wie jetzt ist es wirklich beispielslos. Und es zeigt ganz klar, in was für erheblichen Problemen die US-Wirtschaft zum aktuellen Zeitpunkt steckt. Beziehungsweise man sollte nicht unbedingt sagen die Wirtschaft, sondern eben der Staat. Denn hierbei handelt es sich eben um die Staatsverschuldung. Und man darf nicht vergessen, in den USA liegen die Zinsen aktuell bei 5 bis 6 Prozent. Das heißt, die aufgebauten Schulden, diese mal eben fast 300 Milliarden, die an einem Tag in den Markt gespült wurden, bedeuten am Ende des Tages auch, dass bei einer 5-Prozent-Verzinsung die USA auf diese neu aufgebauten Schulden pro Jahr 13,75 Milliarden US-Dollar alleine Zinsen zahlen muss. Das ist ohne Tilgung. Und hierbei sprechen wir von 5 Prozent. Dabei sind die Staatsanleihen ja teilweise aktuell mit einem deutlich höheren Zins versehen. Denn natürlich, damit ein Staat Geld aufnehmen kann, beziehungsweise wie sie Schulden machen, ist ganz einfach. Sie lassen sich das Geld quasi drucken, geben auf der anderen Seite dafür Staatsanleihen raus. Diese Staatsanleihen werden dann von großen Banken, Organisationen und eben auch einigen Staaten gekauft. Und die USA zahlt eben auf die herausgegebenen Staatsanleihen dann eben die Zinsen. Und hierbei sprechen wir eben zum aktuellen Zeitpunkt von einem historisch hohen Zins, weil diese Zinsen ja eben in den letzten Monaten massiv angehoben wurden. Wie gesagt, runtergerechnet alleine auf die Schulden, die an einem Tag aufgebaut wurden, sprechen wir hier von über eine Milliarde US-Dollar an Zinsen jeden Monat und das ohne Tilgung. Und gleichzeitig darf man natürlich auch nicht vergessen, die USA tilgt ja nicht. Wenn man sich mal die Schuldenpolitik der USA anschaut, beziehungsweise die Schuldenuhr oder die Entwicklung der Schulden, dann sehen wir, ja, sie bauen mal mehr, mal weniger Schulden auf. Aber am Ende des Tages ist es nicht so, dass sie Schulden abbauen, beziehungsweise wenn, dann lächerlich wenig. Und infolgedessen sieht man meistens auch dann wieder eine Schuldenexplosion. Das System ist kaputt und man darf natürlich auch nicht vergessen, auf diese aufgebauten Schulden müssen Zinsen gezahlt werden. Diese Zinsen kann die USA gar nicht mehr zahlen, deswegen müssen sie neue Schulden aufnehmen, um die alten Zinsen zu bezahlen. Für die neuen Schulden werden aber auch wieder Zinsen fällig und dieses gesamte Karussell wird so lange gut gehen, bis irgendwann keiner mehr den US-Dollar oder Staatsanleihen haben möchte. Und genau das sehen wir ja jetzt schon zum Teil, dass eben beispielsweise China große Anteile an US-Staatsanleihen verkauft. Heißt jetzt nicht, und das möchte ich auch ganz klar dazu sagen, dass China glaubt, dass die USA morgen bankrott gehen und das werden sie auch nicht. Aber China sieht natürlich hier die wirtschaftlichen Probleme in den USA. Sie haben auch selber wirtschaftliche Probleme und verkaufen hier nicht nur, weil sie den USA nicht vertrauen, sondern weil sie das Kapital auch selber brauchen. Wir sehen aber ganz klar, was die USA hier für massive Probleme hat. Und genau darauf bin ich ja auch gestern schon eingegangen, dass China momentan auf einem Rekordviveau diese US-amerikanischen Staatsanleihen verkauft. Was am Ende des Tages natürlich auch bedeutet, dass die Rendite auf diese Staatsanleihen steigen. Denn wenn niemand die Schulden haben will, dann muss man eben den Zins, also den Anreiz für diese Staatsverschuldungen bzw. für die Staatsanleihen anheben. Deswegen, wenn keiner diese Anleihen haben will, steigt der Zins. Das ist mega kompliziert und ich bin auch kein Experte dafür. Nur einfach mal leicht runtergebrochen, damit man versteht, warum momentan die Zinsen in Bezug auf Staatsanleihen so überdimensional ansteigen. Das sehen wir auch beispielsweise in Deutschland. Auch hier sieht man ja, dass die Wirtschaft stark unter Druck gerät. Deutschland im Allgemeinen das Rating verliert, immer weniger Leute oder Unternehmen oder eben auch Organisationen, Banken und Staaten diese Staatsanleihen haben wollen und deswegen die Rendite nach oben schießt, weil man eben irgendwie diesen Anreiz schaffen muss, dass diese Anleihen gekauft werden. Im einfachen Sinne, einfach runtergebrochen, bedeutet es ganz einfach, dass die Händler und Investoren eben aufgrund der aktuellen Zinspolitik immer mehr Entschädigungen dafür fordern, dass sie eben die Staatsschulden aufnehmen bzw. hier eben diese Anleihen ankaufen. Hierbei handelt es sich um das logische Resultat von allgemein einem hohen Leitzins, einer schwachen Wirtschaft bzw. einem geschwächten Vertrauen in den Staat und eben auch hier teilweise den Verlust des Ratings, was wir ja auch schon mal vor ein paar Monaten gesehen haben. Da hat die USA ja schon im Rating einige Verluste hinnehmen müssen. Hierbei gibt es natürlich ganz kurzfristige Staatsanleihen und langfristige Staatsanleihen. In so einem Mittelfeld sind beispielsweise die zehnjährigen Staatsanleihen. Diese sind seit März 2020 um ca. 440 Basispunkte angestiegen, also ca. 4,4%. Hierbei sehen wir in dieser Grafik auch ganz klar, was das in der Geschichte bedeutet hatte. Ich hatte die Grafik gestern schon mal kurz eingeblendet, bin allerdings nicht weiter darauf eingegangen. Schaut euch diese Grafik gerne mal an. Man sieht hier jedes Mal, wenn diese zehnjährigen Staatsanleihen, also die Rendite auf diese zehnjährigen Staatsanleihen ansteigt, dass wir jedes Mal dann infolgedessen eine größere Krise gesehen haben. Das hat viele Faktoren. Wie gesagt, der Anleihenmarkt, es gibt Experten, die studieren den Anleihenmarkt und konzentrieren sich nur darauf. Und ich als kleiner Fisch kann das natürlich nicht alles hier zusammenfassen. Aber am Ende des Tages sehen wir eben, dass natürlich auch die Investoren eine höhere Rendite mit Investitionen in den Aktienmarkt relativ sicher einfahren müssen. Denn sie können auch relativ risikofrei ganz einfach Staatsanleihen kaufen und damit eben zum aktuellen Zeitpunkt quasi eine risikofreie Rendite von 5 bis 6% einfahren. Das muss man sich einfach mal überlegen, weshalb man eben auch sieht, dass der Risk-Off-Modus teilweise weitergegeben ist, dass eben Kapital aus dem Risikomarkt rausgenommen wird, weil wie gesagt, du kannst quasi risikolos durch Investitionen in Staatsanleihen 5 bis 6% Rendite erhalten. Ebenfalls sehen wir, dass eben der aktuelle Anstieg in den Renditen quasi beispielsweise los ist. Wir sehen immer mal wieder diese Peaks, egal ob zur Financial Crisis, egal ob zur Dotcom-Bubble oder in den Jahren und Jahrzehnten zuvor. Was wir momentan allerdings für einen starken Anstieg sehen, ist beispielsweise, nachdem wir natürlich eine Zeit lang auch einen beispielsweise niedrigen Zins gesehen haben. Früher oder später muss die Zentralbank umschwenken, alleine schon um die eigene Regierung hier vor dem Staatsbankrott zu schützen. Dabei sehen wir, dass der Gesamtmarkt und hierbei sehen wir es nicht nur im Anleihenmarkt und nicht nur in der Politik der Schulden in den USA selber, sondern auch im Aktienmarkt, auch hier sehen wir momentan Bewegungen, die zwar jetzt gerade noch nicht wirklich schlimm aussehen, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, allerdings auch ein eindeutiges Muster ergeben. Hier im Hintergrund seht ihr die Performance der zehn größten S&P 500 Aktien im Vergleich zu den anderen 490 bzw. ihre Performance. Was man anhand dieser Grafik entnehmen kann, ist, dass die zehn größten Unternehmen im S&P 500 im aktuellen Jahr, also vom 1. Januar bis zum aktuellen Zeitpunkt, für rund 96,5% der Performance im gesamten Index verantwortlich sind. Das gab es in der Geschichte noch nie. Gleichzeitig sehen wir allerdings auch, wenn man sich hier mal die zweite, dritte, vierte Reihe anschaut, wann das letzte Mal eben ein so großes Ungleichgewicht stattgefunden hat, dass eben die größten Unternehmen für den meisten Aufschwung verantwortlich waren. Und hier sieht man recht schnell Bereiche der Dotcom-Bubble, Bereiche des Immobilien-Crashes im Jahr 2007, 2008. Also auch hier gibt es extrem interessante Ähnlichkeiten zu der Vergangenheit. Man kann natürlich nicht die Vergangenheit eins, zwei, eins auf heute projizieren, aber es gibt auch schon sehr, sehr viele Hinweise, die zumindest darauf hindeuten, dass es eben im Markt nochmal etwas anstrengender sein könnte. Dabei sehen wir dennoch, dass beispielsweise heute die US-Aktienmärkte recht gut performt haben. Das liegt unter anderem an den neu gemeldeten Arbeitsmarktdaten. Bereits zu Beginn der Woche habe ich euch ja gesagt, wenn man massive Bewegungen auf den Arbeitsmärkten sieht, dann wird das auch einen Einfluss auf die Aktienmärkte haben und genau das sahen wir heute. So sind die ADP-Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft um nur knapp 89.000 gestiegen. Erwartet hatte man 153.000 und zuletzt wurden 180.000 gemeldet. Bedeutet ganz einfach, dass wir momentan eine starke Abkühlung im US-amerikanischen Arbeitsmarkt sehen, was dann wiederum natürlich bedeutet, dass die Fed noch mehr Druck sieht, den Zins nicht unbedingt weiter anzuheben oder vielleicht früher zu senken, als man zuvor gedacht hatte. Hierbei preist der Markt natürlich immer wieder neue Bewegungen ein. Wir sehen momentan den geringsten Anstieg in dem ADP-Beschäftigungsverhältnis seit Mai 2020. Also der Arbeitsmarkt kühlt definitiv ab, sodass der Markt eben aktuelle Bewegungen neu einpreisen muss. Das sind nur Short-Term-Entwicklungen, aber man sollte sie dennoch meiner Meinung nach im Hinterkopf behalten, denn trotz der wirtschaftlichen Probleme sieht man, dass die Märkte ansteigen, eben in der Hoffnung, dass durch die wirtschaftlichen Probleme oder die politisch-wirtschaftlichen Probleme die Zinsen gesenkt werden müssen. Also es ist eigentlich total verrückt. Negative Nachrichten werden auf einmal zu bullischen Nachrichten, weil sie eben die US-Amerikanische Notenbank mehr und mehr dazu drängen, den Zins nicht weiter so streng zu halten. Sie werden ihn trotzdem noch länger oben halten. Also es wird trotzdem nicht in den nächsten zwei, drei Monaten eine komplette Zinswende sehen, es sei denn, der Markt bricht komplett zusammen. Hierbei schaut man vor allem eben auf kurzfristige Bewegungen. Also ich bin nach wie vor der Meinung, die US-Amerikanische Notenbank wird den Leitzins so lange oben halten, bis entweder die Inflation unter Kontrolle gebracht ist oder wir wirklich einen Crack im System sehen. Momentan verdichten sich die Anzeichen. Doch einen wirklichen Zusammenbruch sehen wir eben noch nicht. Und wie gesagt, in der Vergangenheit hat die US-Notenbank das Ganze so lange ausgereizt, bis es eben dann wirklich zu einem Zusammenbruch auf den Aktienmärkten kam. Also unbedingt vorsichtig bleiben. Hierbei zeigt das ganze System allerdings auch weiterhin die Probleme. Ich meine, Freunde, man muss sich das mal vorstellen. Wir sprechen darüber, okay, Bitcoin hat seit über zehn Jahren jetzt immer weiter aufgebaut. Wir sehen immer mal wieder Schwankungen. Und jetzt sind wir richtig zufrieden, wenn man sich das anschaut, wo Bitcoin vor drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren stand. Das ist heute ein richtig cooler Preis, den wir haben. Mit einer Market Cap von 550, 600 Milliarden US-Dollars ist schon richtig cool. Und die USA die Hälfte der Bitcoin-Marktkapitalisierung gedruckt. Das ist doch krass. Also das zeigt doch, wie kaputt das System ist. Dementsprechend halte ich euch auch immer über diese wirtschaftlichen Bewegungen auf dem Laufenden. Und wie gesagt, die wenigsten wird es interessiert haben, ob der Sprecher des Repräsentantenhauses jetzt noch da sitzt oder nicht. Mich persönlich juckt es im Prinzip auch nicht, wer da sitzt. Aber das Ganze hat eben dann wiederum Auswirkungen auf die Einstufung der USA, was wiederum Auswirkungen auf die Anleihen hat, was wiederum Auswirkungen auf die Märkte hat, was wiederum Auswirkungen auf den Bitcoin hat. Nur damit man mal so ein bisschen versteht, warum ich hier auch diese wirtschaftlichen Aspekte so mit reinbringe. Und wir bleiben ganz kurz beim Sprecher des Repräsentantenhauses. Ganz kurz nur, denn ich hatte ja vor ein paar Tagen schon einmal das Ganze hier so eingeblendet. Denn der mittlerweile ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses hat ja den SEC-Vorsitzenden Gary Gensler erst Ende der vergangenen Woche stark in die Mangel genommen. Hierbei ging es vor allem um Schuldenpolitik, allerdings eben auch um den Kryptomarkt. Ganz interessant, fünf Tage nach dieser Anhörung hat die SEC tatsächlich die nächste Klatsche erhalten. So gelang dem Unternehmen Ripple ein erneuter Teilsieg im Fall Ripple vs. SEC. Das New Yorker Bezirksgericht hat nun nämlich abermals im Sinne von Ripple entschieden, beziehungsweise lehnten sie den Einspruch auf eine einstweilige Berufung der SEC ab. Hintergrund ist das Urteil Ripple vs. SEC. Die SEC hat ja mehr oder weniger verloren, beziehungsweise in dem Punkt verloren, dass es sich beim XRP-Token im Verkauf auf den Börsen nicht um ein Wertpapier handelt. Der Verkauf von dem Unternehmen Ripple, also als sie hier die XRP-Token an Großinvestoren verkauft haben, das war ein Wertpapierverkauf untereinander, wenn wir handeln, ist kein Wertpapierverkauf. So zumindest eben das Urteil vor Gericht. Die SEC ist jetzt hier in Berufung gegangen. Das Gericht hat sofort gesagt, könnt ihr vergessen, so eine Berufung gibt es nicht. Man muss aber auch nochmal ganz klar dazu anmerken, dass das Hauptverfahren erst am 23. April nächsten Jahres überhaupt erst geöffnet wird. Also bis dahin und auch dann kann die SEC immer nochmal wieder so ein bisschen versuchen, den Fall hier anzugreifen. Auch wenn sie jetzt eine weitere Klatsche erhalten haben, was definitiv zumindest für die Altcoin-Investoren ein gutes Zeichen ist, muss man sagen, ganz durch ist die Geschichte im Allgemeinen noch nicht und die SEC wird auch nicht so schnell klein beigeben. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Aber ich denke mal, die Anzeichen der Richter sind hier auf jeden Fall mehr oder weniger eindeutig. Des Weiteren gibt es zudem noch positive Nachrichten für das Unternehmen Ripple. Sie haben nämlich nun eine Genehmigung für eine Zahlungslizenz in Singapur erhalten und zwar von der Monetary Authority of Singapore. Insgesamt gibt es nur rund 14 Unternehmen, die eine solche Lizenz erhalten haben, sowie beispielsweise auch Coinbase und Blockchain.com. Dabei ist allerdings sehr interessant, wie schnell Ripple tatsächlich diese Lizenz erhalten hat. Es hat nämlich gerade einmal vier Monate gedauert. Der Ripple-Chef Brad Garlinghouse schrieb hier zuerst vorhin auf Twitter, Singapur hat eine der führenden Zentren für Fintech und digitale Vermögenswerte entwickelt und schafft die Balance zwischen Innovation, Verbraucherschutz und verantwortungsvollem Wachstum. Also auch hier wieder eine sehr, sehr positive Nachricht für die Ripple-Community. Damit möchte ich das heutige Video allerdings auch schon beenden. Also es gab dann doch wieder positive Nachrichten, auch wenn nicht unbedingt für jeden, vor allem nicht für die, die sich nicht für den XRP-Token oder für den Altcoin-Sektor interessieren. Doch im Allgemeinen fand ich das heutige Video dennoch extrem wichtig, auch wenn meine Videos nicht immer die Welt schönreden. Es ist momentan eben nicht schön, sonst wären wir nicht im Bärenmarkt. Aber ich hoffe trotzdem, dass das Video für euch schön war. Ich hoffe, dass dieser Fokus nicht komplett verkackt war, denn dieser Kamera-Fokus erregt mich auf. Aber es ist nicht euer Thema, Freunde. Ich beende jetzt das Video. Habt noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen. Alter Frische wieder. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020